Zentrale, hier Romeo 1.8, befolge Teilnehmer eines Straßenrennens. Verstanden, Code 3 genehmigt, informiere Eiszeiten in der Nähe. Zentrale, Eisabseitung muss so ein Taktik sein geben, Auber. 10.6, aktualisierer MBC, Auber. Führungseinheit im Sekundärgebiet, Auber, Verstärkung. Alle Feinheiten im Gebiet für Co3-Nupfagung benötigt, Auber. Zentrale 1044 geht weiter. 1044 fahren mit hohem Tempo weiter. Ich gehe nach rechts, nach rechts. Alle Verfolgereinheiten 1044 unter Kontrolle halten, wir haben große Schäden. Verstanden, versuche an weitere Infos zu kommen. Die Rade halten nicht an, wir müssen sie stoppen. Zentrale wird für 1044 stets eine Führungseinheit bestimmt. Base 4, Einsatzbleiben benachrichtigt. Zentrale, Verdächtiger ist wieder unterwegs. Zentrale, ich falle zurück. Verdehme ich später. B4, schicke zusätzliche Einheiten, over. Zentrale, ich falle zurück. Verdehme ich später. Alle, alle, Sichtkontakt hergestellt. Führungseinheit im Sekundärgebiet, Auber, Verstärkung. Der Verdächtige ist in der Luft. Seht euch seine Landung an. 1044 fahren mit hohem Tempo weiter. Alle Einheiten, unser Code 3 Verdächtiger ist zurück. Zwerg, Fahrt anyways kommt direkt hin und weiter. Trenix, 180 leften, sehr wichtig. VD-U5, sind richtig. Handauf in der Kurve, Fahrzeug im Weg. Zentrale, ich falle zurück. Hierzu melde ich mich später. Alle Einheiten, Hilfe ist unterwegs zu euch. Co3, fährt jetzt verrückter. Alle Co3, Einheiten, Nagelbänder wurden gemählicht, over. Alle Einheiten, drei Staten, Nagelbänder, freigegeben, over. Alle Einheiten, Sieg 44 unter Kontrolle halten, wir haben große Schäden.